Halleluja, Halleluja. Geht da bloß mit dir vorab, aber ist trotzdem freudig, gell? Die Kärntner sind uns liebe Leute, ich hoffe es hat euch gefallen heute. ME heißt, meine Einfalt ist erträglich, hoffentlich. Wenn du die nicht so wichtig nimmst, viel besser mit den Leuten auskommst, dann singst du auch viel öfter Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. Dankeschön. Ich habe gesagt, naja, schade, dass du auf der Welt bist, aber feiern wir heute, wenn du schon Geburtstag hast. Dann sing mal Happy Birthday zu allem überdruß. Danke, die mir überhaupt dazu verholfen haben, dass ich mir sowas zutraue. Noch vor zwei, drei Jahren hätte ich mir sowas nicht getraut, aber man kann sich ja weiterentwickeln. Und wie gesagt, keine ME-Werbung in dem Sinn für Marriage Encounter, aber ich habe das kennengelernt, hat mir sehr viel gebracht. Und meine Verhaltensmuster ein bisschen besser zu checken und wie sie in Beziehungen reinspielen, in alle nämlich. Aber die Partnerbeziehung ganz besonders, ist ja klar, ist eine Eins-zu-eins-Rechnung. Aber wer da sowas anschauen möchte, so Werbung für so ein Wochenende, es zahlt sie aus, für die Beziehung was zu tun. Weil viele entdecken dann, dass der Partner, den sie einmal ja deshalb gewählt haben, weil er sie so fasziniert hat, weil er so besonders ist und auch anders wie ich selber, deswegen ist ja Unterschiedlichkeit eine Entdeckungsreise. Ja, dann kommt man vielleicht wieder stärker drauf, welcher Schatz das eigentlich ist. Und wenn du lernst, diese Andersartigkeit des Anderen zu akzeptieren, dann wirst du selber nämlich auch heilen und dich akzeptieren oder umgekehrt. Egal, was früher oder später ist. Und egal, ob ihr das bei Marriage Encounter oder sonst wo macht's, tut's was für eure Beziehungen, es zahlt sich für dich selber aus. Ist ein göttliches Gesetz, glaube ich. Und wie auch immer, ich lade euch sehr herzlich dazu ein. Mir hat's viel gebracht. Ich wünsche in dem Sinne einfach noch einen schönen Abend. Es gibt ja noch gute Sachen draußen. Ich glaube, Weckerl, Bier ist ja angezappt. Wein gibt's und alles Mögliche. Noch ein gutes Zusammensein da und ein gutes Heimkommen. Wiederschauen.